Hallo liebe Filmfreunde hier ist euer VH80 mit einem neuen Mystery Unboxing Video für euch und ich bekam ein Paket vom lieben Maiko von Malotki oder man kennt ihn auch von damals noch Maiko Schmidt denn bei ihm war ich vor zwei drei Jahren mal zu Hause und hab da seine gigantisch geile Batman und Rambo Sammlung gefilmt und abfotografiert und was soll ich sagen hammer geile Sammlung ich werde mal das Video mal hinten in Infobox verlinken ist schon ein bisschen älter und auch so eine Sammlung hat sich noch ein bisschen verändert aber total immer noch extrem gerne anzugucken und er hat mir eben vor seinem Urlaub er hat nämlich am Morgen Urlaub und ich muss das wieder heute noch fertig drehen damit ich das auch gleich angucken kann wünsche mir schon mal schönen Urlaub mit meinem Freund hat ihm ein Mystery Paket geschickt ich weiß nicht warum also noch mal vielen Dank dafür und er hat schon gemeint hier ist ein Steelbook drin was es so nicht mehr OVP gibt also ich hab da jetzt ein bisschen ich muss ich wisse es gerne wissen was da drin ist und deswegen nehmen wir mal unser Messerchen und werden das hier mal ins Paket Fleisch schneiden und ich bin wirklich gespannt ja mein Freund Gummibärchen jedenfalls oder auch die wohl auch sehr gerne mag ich wisse was kommt ich werde mir jetzt mal so eine kleine Schütte immer genehmigen alle drei Müsse die werden mit dem Mund aber ich liebe die Teile, mag ich auch sehr gern und meine Haare so, mit vollem Mund spricht man nicht so, ok, alter, mein Freund, du hast es wirklich sehr gut gemeint du machst es wirklich sehr spannend aber jetzt nicht dein Ernst nicht dein Ernst bist du verrückt, bist du verrückt hammergeil nein bist du des Wahnsinns geil wow was soll ich sagen die Bambus Edition von Rambo sau, sau, sau geil hammer, wirklich wahr grenzgenial du bist völlig verrückt völlig verrückt, dass du mir das schenkst Wahnsinn Wahnsinn geil also Malgo vielen herzlichen Dank für diese überragend ich hab die ja schon bei dir immer stehen sehen und war damals schon begeistert von dieser Edition warum schenkst du mir die wow also nicht böse gemeint, aber ich lass die auch eingepackt die kommt genau neben meinen John Rambo hin als Situation also die bleibt auch eingepackt, mein Freund ja, was soll ich sagen liebe Malgo herzlichsten Dank dass du mir diese Edition anvertraut hast ja Wahnsinn wirklich wahr absolut geil wow wirklich wahr wirklich wahr also hier nochmal es ist die Bambus Edition von Rambo ich weiß gar nicht, woher die herkommt kann ich euch jetzt echt nichts sagen aber müsste auf jeden Fall englisch sein eine englische also hier Großbritannien müsste er sein also vielen herzlichsten Dank lieber Malgo für dieses überragend geile Geschenk wird auf jeden Fall in Ehren gehalten und kommt direkt neben meiner Rambo-Büste oder Rambo-Figur hin ja unglaublich geil unglaublich geil also ich mir fallen mir fehlen wirklich die Worte ganz ehrlich dass du mir diese Geschenkst wow wow wirklich wahr sehr sehr cool ist natürlich eine DVD nur so eine Information für euch die Edition ist schon von 2007 oder 2008 sogar also 2007, 2008 wo eben Rambo rausgekommen ist ja was fällt mir noch ein unglaublich geil vielen Dank mein Freund Malgo und jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Urlaub und was soll ich sagen danke 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 wirklich coole Sache ja das war es von dem Mystery Paket von dem lieben Malgo und jetzt schaut ihr auf jeden Fall mal bitte auf jeden Fall mal das ja Video an von seiner Sammlung denn da sieht man ja auch diese Edition hier auch rumstehen und ich weiß nicht ob es jetzt noch mal organisiert hat und die Nummer zurückkauft oder ob es jetzt seine eigene war weiß ich nicht genau schaut einfach mal das Video an lohnt sich auf jeden Fall mal so eine Babel und natürlich auch die Rambo Sammlung anzugucken absolut genial jetzt hinter der Infobox auf jeden Fall angucken eure Hausaufgabe für heute schaut es euch an ja bis denn jetzt schön mit ö und nochmal vielen herzlichen Dank mein lieber Malgo und dir einen schönen Urlaub mit deiner Familie und ich wünsche dir was tschau tschau danke geil 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 saugeil wirklich sehr sehr geil Deine Familie Make des Deine Familie 加er Deine Familie Use awake geäpert Deine Familie Deine해설 Deine Familie Untertitelung des ZDF, 2020